Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gib ihm deine Waffen. Die dürfen wir nicht mitnehmen. Sir? Madam? Ihre Karten? Ich habe meine Karte wohl verlegt. Fahren Sie durch, Sir und Madam. Guter Mann. Ich bin der zukünftige Premierminister. Was um Himmels Willen hat unsere Kutsche hier zu suchen? Habe ich da was gehört? Nein. Nur die Stimmen in deinem Kopf. Und doch. Klingen sie so viel angenehmer als deine. Charmant. Nicht wahr? Nein. Ich werde den Edensplitter finden. Wie du willst. Ich muss jetzt zu Freddy. Macht euch auf! Die Pläne befinden sich im weißen Salon. Der bestimmt verschlossen ist. Der Hauptmann wird den Schlüssel haben. Stop that at once! Ife! Ich glaube, jetzt ist es den Moment, um meine Zustadt zu verschenzen. Das schaffe ich nicht alleine. Egal, Sie werden mich begleiten. Halten Sie einfach den Mund, dann ist das alles im Handumdrehen vorüber. Wer sind Sie? Das tut weh. Mein Arm. Die Dame gehört zu mir. Danke vielmals. Madame? Sachte. Mein Arm. Mein Arm. Mein Arm. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Was macht die Feuer? Egal, Sie werden mich begleiten. Halten Sie einfach den Mund, dann ist das alles im Handumdrehen vorüber. Wer sind Sie? Süße Träume. Hier müssen irgendwo die Pläne sein. Dann zum Gewebe. 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 Ready. Dort. Gut. Ich töte die falschen Wachen und rette die Gefangenen. Wie? Man kann sie unmöglich auseinanderhalten. Oh, Sie Ungläubiger. Öff! Guck dir. Lass mich nicht auf diche, Herr. Dann suchen wir mal die echten Gardisten. Dann suchen wir mal die Echtung, dann suchen wir mal die Echtung. Oh man. Ich kann ihn von hier treffen. Bringst zu Ende und wir gehen was fängt. Spaltet ihm den Scherz. Komm, schlag mir, das ist ein... Brox, ich will das ab. Ich bin der Scherz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Haltet einen Moment still! Oh, das wird hier nur ein Fuß! Gut, Freunde, das wäre alles. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR